Sie sind hier, 12. November 2018, 14.50 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Maximilian Wittek von Kreuterfürth fällt vorerst aus Urheberrecht, Getty Images, Kreuterfürth muss vorerst ohne Maximilian Wittek auskommen. Der Außenverteidiger zieht sich eine schlimme Platzwunde und eine Augenverletzung zu. Zeitligist SPVGG, Kreuterfürth muss bis auf weiteres auf seinen Außenverteidiger Maximilian Wittek verzichten. Der 23-Jährige erlitt beim Auswärtsspiel bei Union Berlin, 0 zu 4, unter anderem eine Verletzung des Augenmuskels, wie die Franken mitteilten, überdies habe eine heftige Platzwunde, die sich Wittek bei einem Kopfballduell zugezogen hatte, mehrschichtig genäht werden müssen. Außerdem sei die Augenpartie stark geprellt, eine Platzwunde in diesem Ausmaß haben wir in all den Jahren, auch in dieser Tiefe, nicht erlebt. Nachfolgende CT-Untersuchungen im Kopfbereich haben Gott sei Dank keine weiteren Schäden gezeigt, sagte Martin Meichelbeck, der technischer Direktor der Fürther. Anzeige, jetzt die Trikost der Zeitligateams kaufen, hier geht es zum Shop Meichelbeck, kritisiert Schirien, nahm auch Schiedsrichter Daniel Schlager in die Verantwortung, es ist unter anderem die Aufgabe des Schiedsrichters, die Gesundheit der Spieler zu schützen, dieser Aufgabe sei der Referee in dem Fall nicht nachgekommen. Diese und nachfolgende Fehlentscheidungen haben natürlich auch einen deutlichen Einfluss auf das Spiel genommen, sagte Meichelbeck. Jetzt die Sport1 App herunterladen von Sportinformationsdienst.